Meine Befehle sind in den Wind gesprachen, mit dem Angriff Steiners, und das alles in Ordnung kommt. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das Wettbewerb verlasse, irgendwann ist es nicht der Fall. Und damit Sie so wissen, wir auch nicht, ich hab das einmal mitgemacht, das reicht! Das sagen ausgerechnet Sie.